Du weißt noch nicht, was er dir zu Weihnachten wünscht? Wünsch dir doch einfach die Majubi-Freizeit. Du erlebst 100% Glauben, Spaß, Action und Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen. Egal, ob du zum ersten Mal oder schon zum hundertsten Mal von Gott hörst. Hier bist du genau richtig, um Gottes 100% kennenzulernen. Ich bin schon angemeldet. Also melde auch du dich jetzt unter www.netthew.de slash majubi an. Ich freue mich auf dich. Gott will dich. Ich freue mich auf dich.